Ja, die waren da super flexibel, also war super. Die kümmern sich drum. Man schickt eine Bewerbung hin und die vermitteln einen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass man durch Schmiede an die Stelle kommt, die man haben will. Eine Bewerbung an die Firma Schmiede und man hat automatisch sehr, sehr viele Firmen abgedeckt. Vor der Situation, bevor ich bei Schmiede war, war ich so groß. Schmiede ist am Platz die Nummer eins, weil sie sich um den Menschen kümmern, den Menschen sehen. Nachdem, wo ich mich bei Schmiede beworben habe, bin ich unendlich gewachsen, weil ich dann Selbstvertrauen getankt habe. Die Firma Schmiede sehe ich als ihr Agent für ihr Glück in der Zukunft. Die sagen dir dann, was du machen sollst, was du machen musst und dann machst du das und dann funktioniert es. Ist so. Ich weiß es.